ich kann da sowas machen und kann ich auch heilen kann ich da sowas für dich machen wenn du mitmachen würdest ach ne warte mal das ist das ist für dich portal muss ich importen kann dann kann es auch bestimmen wohin es geht das schieb ist halt das flop gibt noch eine reform das wusste ich gar nicht selbst und sehr gut weg wir dir und ich habe gegner ist die mehr damit kriegen wenn ich mein rechtes klick macht und mein kuh ist sowas wo ich noch eine illusion hinterlasse die dann mit schießt und ultimate über die karte ach so genau ultimate war ein doppelgänger der komplett alles doppelt von mir sie ist schon ein bisschen strange zu spielen ist viel um die ecke denken glaube ich bei dem wups was schon ich komme jetzt ran ich wollte gerade einen rapid form casten wird gerade meine rabbit form casten ich wusste mir noch so angewendet ist mein coob den brauche ich zum escapen muss ich nicht zu dir werfen außer du wirst zu mir rankommen und ich heile mich halt wenn ich dich heile wenn du da wenn ich dich treffe und der harz buff bringe den schaden den du nimmst und das hat mein linksklick und der rechtsklick wenn ich damit jemanden treffe dann kriegt der gegner mehr damage also ich stecke abgekriegt habe ich ganz schön damit ein ausgeschiebt nein bist du wieder rein bist du mein ding reingelaufen das ist natürlich ungünstig ich bin da rein geultet ich hab sie gestunnt und dann ja dann wollte ich mir raus wo sind sie denn das ist ja lame ja ich halte ich noch wissen und leute habe ich gedrückt an stadt ich bin lustig aber ich hatte mich gar nicht unter dich gelegt dachte ich dann weiter weg von dir gelegt aber die haben jetzt mit dem die schiebmechanik eingebauten und die gab es vorher nicht und ich glaube diese können halt nur diesen doppelgänger und wenn sie zu viel damage nehmen dann sind wir raus ich glaube die sind tatsächlich einfach nur sie können nur laufen und sonst mehr ist nicht da das ist die 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 das die 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 win win ok ihr spielstil ist richtig cool ja die ist ziemlich übel habe ich auch ein paar mal gespielt aber das ist sobald niemand weiß wie gegen die spiel ist es nicht mehr das ist also ich will nicht mehr spielen und dort kann ich auch angucken das gegner wenn du reinkommen ist ein bisschen drin und jetzt haben wir den neuen support kostet mein slowdown was habe ich hier brauche ich nicht komische komo zieh sie ran knall ist jemand dann ready jetzt weiter hätte ich da drauf sitzt war aber da sind wir drin Ach kommt, Jungs. Mist. Das ihr da reingegangen seid, wo ich dachte, wir haben die Mitte und wir können die ein bisschen harassen, weil irgendwie das hat mich vollkommen überfordert. Das ihr da reingegangen seid, weil uns zu zweit, dass unser Support mit reingegangen ist, hat mich kaputt gemacht. Hab ich nie gerafft, warum? Weil ihr es könnt. Ja, aber das hat uns in eine total dumme Position gebracht, unser Support schaut plötzlich vor dem gegnerischen Melee. Das war so ein WTF-Moment und da habe ich keine ordentliche Position mehr gekriegt, um doch noch reinzuhalten. 3, 2, 1, fight! Und jetzt ist es wieder AFK, geil! Ihr team won the orb. Es wäre super, wenn ich am besten Hilfe kriegen könnte. Ich habe die ganze Zeit den melee an mir dran und ihr habt mich gegen den Support irgendwie nicht totgekriegt, während unser Support reingesprungen ist wieder, oder? Keine Ahnung, die Eistuse nervt halt die ganze Zeit. Der ist halt unser heiler Mann, der darf nicht zuerst sterben, der Volltrottel. Das war's. Was ist das? Das ist wieder tot, der Dude, alter. Du bist gestorben, das ist nicht so gut. Oh. So, dead. Deck schubsen kannst du natürlich nicht, oder? Doch, mit meinem Zap. Alle in meinem Schild. Der Kreis wird sehr klein werden. Oh nice, war ein bisschen draußen. Das ist irgendwie dumm, das ja. Das ist so viel Ulti, wie sie hat, wie viel Ulti kriegt sie denn, Mann? Alles. Voll, die Ulti. Sie kriegt halt fünf Ultis in zwei Minuten oder sowas, ey. Okay. Aber den Render muss ich jetzt wieder reporten und wir einen Chatabuse senden. Oh, ich hab ne Goldchest bekommen, wofür das denn? Ich versteh nicht ganz, ob ich die Goldchest bekommen hab. Einfach mal sowas, drop. Keine Ahnung. Ein Level Up hatte ich nicht. Ein Epic Weapon bekommen.